Hallo, ihr Weikügel, bitte herzlich willkommen auf eurem Rostikkanal, also im QL-FNAF-FAN-GAME. Heute will ich zusammen an HER-GAME. New Game. Rina, wenn du ihn hörst, schau ihn an den Kameras auf der Frontseite. Wenn du siehst, schau ihn an, bis er... ...banniert. Was heißt, wenn du bannierst? Fix. Rina? Huh? What the hell? Is this a game? How are we here? What? 10-4. Can I hear what's more? This is creepy, huh? I think I'm... Really... This is crazy. This is crazy. This is crazy, right? Hello. 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 Wieso hat die zwei Köpfe? Mir haut es gleich hier das Trommelfell weg, Leute. Was ist das L? Press S. Was? Click in a door to... Click red button to open closed door. Click blue button to use the control jump. Ist ok, ist es wieder weg? Ah, jetzt... Ich hab doch... Ich hab doch gar kein Lachen gehört. Wo ist das? Leute, das ist für mich Lachen. Das ist die Frontside. Hier steht Frontside. Frontside. Backside? What? Really? Was... Wir haben das Lachen gehört. Ich glaub, dann muss man hinten sein. Da wo das Licht angeht. Wir müssen auf jeden Fall hinten im Raum sein. Hallo. Aber wenn man halt so gut Englisch spricht, wie der Papa hier. hier ist die Tür. Hier kann man Backside gehen. Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich hier draufklick, ich bleib mal hier. Ich glaub, hier kann mal nichts passieren. Oh, ich doch. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt gra... Zwölf. Da haben wir noch zwölf. Aber so ist schon ziemlich creepy. Aber nicht schlecht. Nur halt bei... Bei meinen Englischen Kenntnissen... Ist das halt ganz... Nur halt bei... Bei meinen Englischen Kenntnissen... Ist das halt ganz... Continue. Ich kapier's nicht. Schau mal hier... In den Kameras... Auf der Frontseite. Wenn ihr sie sehen... Bleibt. Schaut sie, bis... Er ist. Wenn man in der Frontseite Kamera sieht... Dann müssen wir gucken, woran er hingeht anscheinend. Habt ihr das richtig verstanden? Ach man, das ist halt scheiße. Da... Da hab ich mein... Englisch Dixionär. Wenn wir das hier sind... Wenn wir das hier sind... Das... Das ist die rechte Seite... Und das ist die linke Seite. Aber wo geht er hin? Versteh ich's nicht. Wo geht er hin? Kein... Kein blassen Dunschleuder... Kein blassen Dunschleuder... Er kam links... Im linken... Warte mal... Wir haben ja hier... Letcher Versuch... Wo... 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 Wo ist die beiden Wands? Aber hier kann ich nix machen. Hier kann ich schon mal gar nix machen, Leute. Ah... Wir haben hier vier... Vier Wands... Und Kameras habe ich hier aber... Eins... Zwei... Drei... Vier... Das sind aber alles Türen. Ich gehe da aber dahin... Er geht aber dahin... Acht? Acht? Ja... Baaaaaar... B** Drei... 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 Jetzt krieg ich die Krise. Wir sehen ihn hier. Diesmal war er hier unten. Das ist die Tür. Er war aber diesmal da unten. Man muss halt schnell sein. Wo er hingeht. Ganz einfach. Links oder rechts? Noch ist er da oben. Letzter Versuch. Aber dann mag ich nicht mehr. Dann mag ich... Dann hab ich echt... Sorry. Können wir eigentlich alle Wands schließen? Nee. Das ist ja Kacke. Wir haben das geschlossen. Hier kann er nicht durch. Und er geht wohin? Aber so schnell bin ich am Leben nicht. Das geht einfach zu schnell. Um wieder zurück zu gehen in die Kameras. Glück gehabt. Er ist schon wieder oben. Glück gehabt. Jetzt... Jetzt hoffe ich, dass er hier hingeht. Hat er hier die Möglichkeit. Hier und hier. Sobald wir das Lachen hören. Oder sieht man ihn vielleicht? Wir sollen ja gucken, wo er hingeht. Ja. Er. Das wird so etwas heißen. Hör... Aber Hör-Game. Wieso heißen ich's Game? Huh? Leute. Leute. So schnell bin ich nicht. So schnell bin ich nicht. Ja, Freunde. Das ist... Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich für den Rechtsharten, bei euch was zu sehen. Würde mich freuen, wenn ihr euch was zu sehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet auf einem Rolls-Grad. Das war Hör-Game. Bitte schreibt was in die Kommentare. Bewertet dieses Video. Aktiviert die Glocke. Und wenn ihr noch keine Ahnung habt, press the head button. Subscribe my channel and watch. Genieß das Leben. Enjoy live. Macht Spaß miteinander. Pause. Und ich gucke bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschö mit den Ökriegen. Die großen Euro ist die Ränder. Danke. Goodbye. Good night.